Am 29.09.2023 gegen 15 Uhr wurde die Drehleiter und das Tank durch Fahrzeug 1 der Berufsfeuerwehr Bonn zu einer verfangenen Taube in einem Balkonnetz in die Kasernstraße alarmiert. Die Feuerwehr konnte die Taube befreien. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt und euch auch weitere Videos von mir anschaut.